Das ist ein Gaudi-Rasser. Da ist schön unten technisch. Und danach Schneestapfen. Teilweise dann doch noch recht steil. Aber tolle Blicke immer wieder zwischendrin. Ja, tolle Tiefblicke. Mit den Nebeln ein bisschen mystisch. Das sind 15 Meter zum Gippel. Das ist auch noch mal ziemlich in sich. Weil ich danach das Bild gesehen habe, wo es so aussieht, als ob ich mich durch die Wächte durchgebuselt habe.